Holzbau SAURA Tausend Fragen, ein Partner, ist der Leitspruch des Familienunternehmens Holzbau SAURA. Aber auch eine Garantie auf Lebensqualität und eine Verpflichtung unserer Umwelt, Sorge zu tragen, sind im Leitbild verankert. Und natürlich ist der Werkstoff Holz, aus dem die Gebäudeteile des Unternehmens gefertigt werden, einer der nachhaltigsten der Welt. Nachhaltigkeit ist mal eine persönliche Einstellung. Wir wissen, dass 50 Prozent der Energie auf der Welt für Bauen und Betreiben von Gebäuden verwendet wird. Und das ist genau unser Bereich, in dem wir tätig sind und dort können wir was verändern und bewegen. Der Umweltgedanke bei uns im Betrieb lebt natürlich insofern, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, Gebäude zu bauen, die helfen, unsere Umwelt zu schützen. Denn gerade die regionale Umwelt ist der Garant für den benötigten Baustoff Holz. Und Tirol ist nicht nur die Heimat der Familie SAURA, sondern auch ein Standort mit vielen verschiedenen Vorteilen. Der Standort Tirol gewinnt an Bedeutung, wenn man viel im Ausland arbeitet. Und für mich eines der wichtigsten Argumente ist das duale Ausbildungssystem. Die Leute waren sehr erstaunt, wenn wir in England gearbeitet haben, weil dort haben sie das einfach überhaupt nicht gekannt, dass jemand, der am Bau arbeitet, auch ein Wissen hat. Und dieses Wissen wurde beim Bau des Aston Martin Design Studios in England eingesetzt und mit einer Vielzahl an Preisen belohnt. Natürlich wird die Nachhaltigkeit auch in der Heimat täglich unter Beweis gestellt. Nachhaltigkeit in der Heimat ist natürlich auch die Menschen, die Menschen, die bei uns arbeiten. Sie sind eigentlich vom Baum bis zum fertigen Objekt dabei und können stolz darauf sein, was sie gemacht haben. Die Verantwortung, was man macht, wie man lebt, ist, glaube ich, auch eine Vorbildwirkung für unsere Jugend, für unsere Nachfolger. Das ist sehr wichtig, um hier auch etwas zu verändern. Und die Veränderung erfolgt im Kleinen und nicht im Großen. Doch was im Kleinen beginnt, kann große Wellen schlagen. So hoffentlich auch die geliebte Nachhaltigkeit bei Holzbau Saurer. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir unserer Erde nicht abwackeln, sondern dass wir ernten, was sie uns zur Verfügung stellt. Und unseren Kindern und Enkeln einen intakten Lebensraum hinterlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.